Oh, warte mal, ich habe ein Gerücht gehört. Du hast ein Gerücht gehört? So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und zwar habe ich gehört, es gibt wohl eine, eine, eine Herausforderung oder irgend sowas. Sollst du den Kaffee warm machen? Der Becher ist leer, wie schade. Musst du erst noch Kaffee kochen? Vielleicht ja, manchmal lieber ein Bier. Aber wo ist denn, wo findet man den Kaffee? Oh, ist sie da? Ah, heute Chocolate Mix. Ja, dann müssen wir uns eine heiße Chocolate machen. Oh, okay. Oh, wir brauchen noch mehr Zutaten. Milch. Oder Milch, eigentlich. Ja, genau, Milch. Kühlschrank. Oder auch Bier. Oder ist ja die Milch. Guck mal da, oh, da ist sie. Da ist sie. Dope Co-Milk. So, das machen wir doch jetzt hier. Pass auf. Bam. Oh, sind wir ja wirklich im Leben nie trinken, Alter. Na, das sieht aber... Ei, 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 ei. Und das Ding denn jetzt gleich wieder in die Mikrowelle? Denke mal ja. Wir wollen uns ja ein heißer Kakao machen. Eine heiße Schokolade wollen wir uns machen. Mann, Alter, die Sounds, Alter. Sind aber auch was... So, Achtung, Ketze, und? Macht er alles von alleine. Aber es sieht schon geil aus. Also die Grafik, Chapeau, liebe Freunde von Z-Square. Geile Grafik. Wirklich geile Grafik. So, Achtung. So, was kaputt hier haben wir, Alter. Na, der Tastlitz freut ich auch nicht so wirklich. Die macht er gleich. Okay. Oh, no. Oh, no. So, Ma, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, das ist ein Archivment oder irgend sowas. Und ich habe die natürlich, die Overlays sind bei mir deaktiviert, damit die halt jetzt nicht im Spiel aufploppen oder sowas halt ganz schön nacken kann, wenn die mir irgendwie Nacktbilder schickt. Über Steam. Wir hatten auch die Ene-Wand eingeschlagen. Ja. Du erinnerst dich? Ja. Die Wand sind frisch gestrichen. Willst du versuchen, sie aufzubrechen? Nein. Äh. Da, gehen wir mal hin. Ist ja schon hier vorne. Das ist schon hier vorne, ja. Ja. Ich geh mal hin. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Warte mal, guck mal, ich wollte hier zu Recht drücken. Oh, nee, 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 nee. Flucht. Oder Flucht nach vorne. Wie tief geht denn das bitte? Ich dachte, wir sind schon im Keller. Naja, es gibt noch einen Keller. Im Keller. Ähm. Ich dachte, du machst auf, nicht zu. Oh, nein. Das ist auch, nein. Nee, hier geht nicht hin. Hier geht nicht hin. Ach du Scheiße. Das ist ja Raum aus dem Intro. Ja. Krass. Hier kann ich nicht hin. Warum nicht? Na, echt. Sind wir der Typ aus dem Intro? Ist Wayne der Typ aus dem Intro? Na, wir haben doch, haben, wir haben, wir haben, wir haben, haben wir eine Frau und Kinder? Na, nicht mehr. Die haben, sie haben sich alle verkrümelt. Irgendwie, nachdem wir nur neu gesoffen haben. Oh, geh mal hin. Oh Gott. Funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es nicht. Kann ich jetzt die Waffe nehmen? Oh nein. Wegschuss. Pistole an den Kopf halten? Äh. Oder fallen lassen. Ja, nee. Nee. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sinn des Spiels ist, mir jetzt den Kopf zu schießen. Oder? Wir können erstmal nochmal weiter erkunden. Ich würde auch erstmal nochmal ganz kurz hier, also, äh, äh. Ja, es hat jetzt hier nichts mit Schiss zu tun, aber ich bin der Meinung, nee, das sollte, glaube ich, jetzt nicht Sinn und Zweck sein, irgendwie, oder Ziel fühlend sein, sich, äh, so ein Smith & Wesson-Revolver hier in die Schläfe zu drücken und abzudrücken. Also, nee, ich glaube nicht. Also, nee, mein, nee. Mein. Oh, nein, nein, Betty, guck mal hier. Check this out. Erkennst du es? Ja, wir hatten doch so ein ähnliches Symbol auch, äh, genau. Ah. Bam, das ist das Symbol aus dem Video. Yes. Yes. Also, jetzt, mit dem, mit dem. Scheiße, jetzt hier weg. Kannst du jetzt damit, oder? Oh. Okay. 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 Was? Äh. Äh. Okay. Was sind wir jetzt? Im Krankenhaus, Alter? Genau. Guck mal hier. Die Wand sieht sehr berüchtig aus. Ja, letztes Mal den Vorschlag haben wir mitgenommen. Ja, schön, schön. Was ist das, was wir jetzt? Jetzt mal den Vorschlag haben wir mitgenommen, sagt er. Okay, na, wir können uns hier eine Menge Dokumente irgendwie random angucken anscheinend. Oh nein. Oh nein. Ah, deine Lieblingsbeschäftigung. Türen öffnen. Äh, Schubkästen. Sinnlose Schubkästen hier öffne. Äh, das sieht alles jetzt nicht so. Stufflist. Na, Fokus. Was denn los wird? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das Gas, was hier ausströmt. Na, dann schnell raus. Äh, äh, äh. 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 Äh, er sieht nicht. Er sieht nicht. Äh, okay, dann musst du irgendwas finden, wo du da durchbrechen kannst. Was ist da irgendwie? Nimm den Hocker, nimm den Hocker. Geht nicht. Geht nicht. Oh, wütz dir. Wüt, wüt. 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 Äh, hast du oben irgendwas? Ach so, warte mal. Äh, äh, kann ja vielleicht auch ja nicht. Nein, warte. Nein. So, kein Kind. So Scheiße fallen mir. Kann ich jetzt kick den Hocker nehmen? Ach so. Und, äh. Ah. Sch, nee. Gut, nee. Kannst du den Hocker schmeißen? Schmeiß mal gegen die Scheibe. Gegen die Scheibe? Ja. Äh, Donner, ha. Fallen lassen? Nee. Wie schmeißt man denn? Weiß ich nicht. Fallen lassen. Ich habe mal die Frage, ob du schmeißen kannst. Warte mal. Ich gehe hochklettern. Gleich hochklettern. Was ist das Scheiße? Was ist das Ding nochmal fallen? Äh. Fallen lassen. Alter, Bein, das sieht nie gut aus. Das sieht nie gut aus. Oh, oh, guck mal. Oh. Nicer Shit. So, jetzt, da durch. Und, wo soll ich denn hin? Äh. Ah, guck mal, die Axt. Jawoll. Ich. Ah, mach doch hin, Alter. Mach doch bitte hin. So, wunderbar. Oh Scheiße. Oh Scheiße, Bein, Alter. Oh, wir werden sterben. Nein. Was machst du? Du kannst dich hier nicht aufrechterstellen. Ja, ja, holt's ein. Los, komm. Mal eine Fugel rin, Junge. Klack. Reicht das schon? Oh, oh, oh. Der ist so langsam, Alter. Man zieht doch mal durch, Junge. Mit dem nur ein Durchgang ausflogt. Das ist doch nicht wahr, Alter. Nun mach doch an. Okay. Oh, das wird sich. Können wir uns um. Oh, wir müssen es nicht rummachen. Alter, was sind wir hier? Ist ja mal gar nicht dunkel. Oh, Scheiße. Alter, das ist so finster hier. Ich sehe mal gar nichts. Ich muss leider mal ein Double Feature machen. Tut mir leid. Und ich sehe kein bisschen mehr. Ist doch Scheiße. Alter. Was ist hier da unten? Mist jetzt. Ach. Es ist einfach eine Höhle. Es ist nur so... Ich müsste hier gleich aus irgendeinem Anus rauskommen hier. Krankenentwickler von Z-Square. Oh, Licht. Ist hier leid. Ah, Badezimmer. Badezimmer? Würde passend sein, einfach ein Badezimmer rauszukommen. Garage. Garage, okay. War da ein Loch? Eigentlich nicht. Fußabdrücke. Schön. Toll. Oh, toll. Fußabdrücke. Sollen wir Ihnen folgen? Anscheinend hat er mit Nägel rumgefummelt. Oh, speichert. Oh, Scheiße. Oh, kann der Messer mit jetzt hier? Und schon wieder ist überall Licht aus hier. Ja, ja. Oh. Fickety fuck. Fickety fuck. Okay. Okay, wow. Hey. Sind wir da nicht gerade lang gelaufen? Wenn er jetzt hier links, ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt hier links abbiegt, dann... Ja, doch, vorn mal, hier. Ja, und, nun? Was? Was, was drinne? In dem Körb stehen. Siehst du das? Sieh nicht. Warum ist hier denn so dunkel? Ein Splitter? Ah, Fortschrittsgegenstand. Ach, das ist ein Teil von diesem... Irgendwatt da oben. Von dieser Kugel, oder was? Wie wir da zusammensetzen? Ist das eine Kugel? Also, ich würde fast behaupten, dass es am Ende eine Kugel wird. So eine, so eine, weißt du, so eine Schneeflockenkugel so mäßig. Ach, so, ja. Schneeflocken. Ja, weißt du, was ich meine? So ein Schiff. Ich würde es mir gerne mal kurz angucken. Okay. So, da ist ja irgendwas hier oben hängt, oder was, wa? Ja. Ich würde sagen, dass... Das ist eine Maske. Guck mal, das ist eine Nase. Ach, eine Maske. Oh, okay. Oder? Ja, das ist... Ja, doch, doch, hast du recht. Das ist eine Maske. Ist das jetzt später Teil? Haben wir erst eh einen Teil davon gefunden? Ja. Oh. Dein Deborah. Okay. Ja.